Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Fahrradschutzblech richtig an dein Fahrrad bzw. an deinem Mountainbike dran machen kannst, dass einfach unter dem Fahren nicht immer der ganze Dreck von deinen Reifen auf dich bzw. auf deinen Rücken fliegt. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, wie du diese Teile richtig anbringen kannst, dann bleib unbedingt dran. Grob gesagt gibt es zwei verschiedene Arten von Schutzblechen. Einmal für das vordere Rad und einmal für das hintere Rad. Was natürlich von der Befestigung hier etwas anders ist. Ich habe meine zwei Schutzbleche jetzt von der Firma Dunlop gekauft, das Ganze im Set. Vorteil hier ist natürlich nochmal etwas billiger. Die Schutzbleche sind aus einem relativ weichen Kunststoff. Der Vorteil hier ist, dass wenn du stürzt, sich diese nicht sofort verziehen oder kaputt gehen, sondern das Ganze elastisch wieder etwas abfedern können. Außerdem ist die Montage eine relativ standardmäßige Montage und somit auch für andere Hersteller geeignet. Zuerst einmal befestige ich das hintere Schutzblech. Hierfür muss ich die Halterung an diese Sattelstange hier dran machen. Doch zuvor muss ich die Sattelstange einmal vom Durchmesser her ausmessen, damit ich weiß, ob ich hier innen drin noch eine Verkleinerung rein machen muss oder nicht. Das Messen ist am leichtesten mit einem Messschieber. Hierfür setze ich diesen an und ich hoffe, du kannst in der Kamera sehen, das sind knappe 30 Millimeter. Auf der Verpackung steht, dass ohne Verkleinerung, also so wie es hier jetzt der Fall ist, ich diese Halterung für einen Durchmesser von 36 Millimeter verwenden kann, mit einer Verkleinerung für 27 Millimeter und plus der zweiten Verkleinerung für 23 Millimeter. Da ich ja knappe 30 Millimeter hatte, nehme ich jetzt einfach einmal diese erste Verkleinerung und somit sollte das Ganze auch passen. Nun die Halterung mitsamt der Verkleinerung einmal um die Sattelstange herumgeben. Deswegen, das hat bei mir jetzt schon funktioniert und danach muss ich noch die Schraube richtig herum einsetzen. Hierfür schauen die Schraube von der einen Seite und dann die Mutter von der anderen noch hineingeben und nun kann ich meine Schraube schon leicht mit der Hand drehen, dass diese einfach einmal anpackt. Wenn sie angepackt hat, mit dem Kreuzschraubendreher noch etwas nachziehen. Doch hier muss man wissen, man sollte es nicht übertreiben, denn Nachfest kommt ab. Zum Einstellen habe ich hier noch zwei Gelenke. Hierfür kann ich die Schraube etwas lockern. Dann kann ich das Gelenk bewegen. Das lasse ich jetzt aber jedoch einfach einmal so schon. Und das untere Gelenk tue ich auch noch etwas umstellen, denn man sollte darauf achten, dass hier hinten einfach noch etwas Platz dazwischen ist, dass dieses Schutzblech auf gar keinen Fall unter der Fahrt an den Reifen gelangt. Das hintere Schutzblech ist richtig angebracht und jetzt kümmern wir uns einmal um das vordere. Für das vordere Schutzblech benötigen wir diese kleine Bohrung hier vorne hinter unserer Bremse. Dafür habe ich nämlich noch einen kleinen Adapter mit dabei und diesen müssen wir einmal hier hinten festmachen. Das Ganze machen wir, indem wir hier vorne unsere Schraube durchgeben. Hier muss man natürlich etwas aufschauen, dass man bei der Bremse nicht irgendwie etwas kaputt macht. Und dann kann ich nämlich schon diesen Adapter von hier hinten jetzt noch mit einer Mutter kontern. Und danach muss ich von unten mein Schutzblech dagegen schrauben. Doch das zeige ich dir jetzt noch etwas genauer. Der kleine Adapter wird danach mit zwei kleinen Schrauben noch hier an unser Schutzblech dran montiert. Und dann hält das auch. Hier zeige ich dir das Ganze jetzt noch einmal und zwar die Schraube ist noch durchgesteckt. Diese muss ich jetzt erstmal nicht bewegen. Danach nehme ich mal mein Schutzblech, muss dieses etwas durchfädeln. Vorne ist die kürzere Seite. Dann nehme ich mal meinen Adapter nochmal zur Hand. Ich hoffe man kann das Ganze in der Kamera jetzt gut erkennen. Das ist jetzt wirklich nur eine Trockenübung mal. Und nun wird der Adapter hier unten noch festgeschraubt und vor allem die Schraube hier auch gekontert. Doch zuvor muss ich den Adapter und das Schutzblech außerhalb montieren, also außerhalb festmachen. Denn hier unten drunter komme ich nirgendwo mehr hin, dass ich die Schrauben auch wirklich festziehen kann. Deswegen nehme ich mir mein Schutzblech wieder und schraube nun den Adapter an das Schutzblech dran. Das Schutzblech hatte ich ja gerade am Reifen dort und ich finde, dass es von der Position hier mit dem Adapter auf jeden Fall passt. Optisch macht es einen sehr schönen Eindruck, deswegen ich jetzt hier an der vordersten Bohrung und hier an der hintersten Bohrung einfach meine Schraube reindrehe. Das ist natürlich mit einem Schraubendreher ein relativ kleiner Kreuz. Und von unten muss ich dann noch mit so einer kleinen Mutter hier das alles kontern und danach noch mit dem Siemer Gabelschlüssel festziehen. Das mache ich jetzt einmal. Der Adapter hier ist fest an meinem Schutzblech angeschraubt, weswegen ich dieses jetzt hier wieder hineingebe. Ich hoffe, man erkennt es in der Kamera jetzt gut. Der Adapter sitzt auf meiner Schraube drauf und nun muss ich das Ganze noch mit dem entsprechenden Material kontern, was natürlich bei diesem Set auch schon dabei war. Das tue ich jetzt einmal festschrauben und wenn es ganz dort ist, dann müssen wir einmal noch weitermachen. Zum Kontern benötige ich dieses Mal übrigens hier hinten einen 10er Gabelschlüssel und hier vorne kann ich wieder mit meinem Kreuzschraubendreher das restliche von der Schraube einfach durch meine Mutter durchdrehen. Deswegen jetzt hier einmal etwas schrauben. Bevor ich die Schraube jetzt zu 100% festziehe, muss ich noch mit meinem Schutzblech etwas höher gehen. Deswegen habe ich es noch nicht 100%ig festgeschraubt. Hierfür einfach etwas noch das ganze Schutzblech nach oben ziehen. Man erkennt es hier hinten am Adapter auch, denn hier ist etwas Spielraum. Und jetzt kann man in der Kamera hoffentlich auch etwas erkennen, dass das Schutzblech einfach so 1-2 cm über dem Reifen hier drüber liegt und deswegen auch nicht anschleifen kann. Nun muss ich nochmal hier mein Schutzblech nachziehen, dass dieses wirklich schön fest sitzt. Und das ist jetzt auch schon geschehen, weswegen ich mein vorderes Schutzblech und mein hinteres Schutzblech natürlich auch sicher angebracht habe. Und ich sicher nicht mehr dreckig werden werde auf diesem Fahrrad. Wenn du dir für zu Hause jetzt ein Schutzblech für hinten und vor allem auch für vorne oder auch ein Gabelschlüsselset, ein Schraubenzieherset oder sogar vielleicht ein ganz neues Fahrrad bzw. Mountainbike zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.